willkommen zu meinem unboxing heute siehst du meinen neuen kohlenmonoxid warnmelder da ich ja öfter wenn ich im bus schlafe meine gasheizung anhabe bzw den gaskocher mit aufsatz siehe in meiner beschreibung ist mir das auch ein bisschen gefährlich um mich da abzusichern habe ich dann dieses tolle teil gekauft der ist batteriebetrieben hat eine digitale cd anzeige und eine sprachwarnung und ist auch sehr laut hast du so ein warnmelder auch im auto bzw im bus oder im wohnmobil und welche marke bist du zufrieden also ich habe natürlich noch keine erfahrung damit werde ich aber auf alle fälle noch mal ein video drüber drehen ich habe ein magneten hinten angeklebt so dass ich den in meinem bus auch irgendwo ja anhängen kann im bus auch ein magneten ist klar jetzt hängt er da und hat einen guten platz abwarten und tee trinken lasst gerne ein like ein kommentar oder ein abo da also ja 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 Vielen Dank.